Wunderschönen guten Tag, ihr Sizzler. Heute machen wir Chicken McNuggets und zwar die allerechten. Die einfache Version und auch sehr leckere Version haben wir auch schon mal gemacht. Würde bedeuten, dass ich Hähnchen nehme, so kleine Hähnchenstücken schneide, die durch den Backteig ziehe und dann frittiere. Waren für mich bis gestern Chicken Nuggets. Alex sagte zu Recht, das sind aber keine echten Chicken Nuggets, denn echte Chicken Nuggets sind ja so formfleischartig oder zumindest püriert. So, und ich schneide das jetzt nur in so kleinere Stückchen, um den Mixer gleich nicht komplett zu überlasten. So ein Mixer ohne Kabel ist tatsächlich für mich was Neues, da bin ich gespannt. Ja, Akkubetrieb, das ist ein Multi-Zerkleiner. Für Fleisch, Stufe 1. Ja? Ja. Ich sag's mal so, wie es ist. Als ich eben meine Hand mit einem Küchentuch abgeputzt habe, habe ich mit der Maus, die dort liegt, den Ton deaktiviert. Das ist uns zum Glück aufgefallen, aber dafür fehlte der Teil, den ich hier gemacht habe. Deswegen nochmal, Hühnchen ist hier drin, ein Ei ist erstmal drin, Meersalz ist drin und jetzt werde ich das ganze Ding mal häckseln und hoffe nach wie vor, dass das gut funktioniert. Let's go. Das funktioniert aber gut. Sieht doch extremst appetitlich aus. So, jetzt schauen wir mal rein. Jetzt hole ich mal die Masse, die ich eben schon mal ohne Ton gemacht habe und gebe das dazu. Jetzt habe ich hier sozusagen drei Hähnchenbrüste und zwei Eier. Und das ist auch die richtige Menge, damit das nicht zu klebrig wird. Also so halte ich es für perfekt. Ich habe hier was vorbereitet. Das hier ist kein normales Mehl, sondern Stärkemehl. 100% Maisstärke. Wenn ihr wissen wollt, warum, schreibt es in meine Kommentare. So, fürs Formen wichtig, Hände nass machen, damit das nicht so an Händen klebt. Wie Händewaschen ist das. Sollte nicht zu feucht sein, aber auch nicht trocken. Jetzt gucke ich mal. Okay, das geht schon mal gut. Merken auch sofort, dass die Hände feucht sind. Es klebt gar nichts dran. Also fantastisch. Einmal durch die Stärke. Übrigens Maisstärke. Zack, fertig. Guck mal, wenn ich das so ein bisschen knete und dann mit nassen Händen sieht es aus, wie, als hätte ich hier einfach nur Hähnchenfleisch in der Hand. Habe ich ja auch. Es ist einfach nur Hähnchenfleisch. So, zack. Gut, ich baue mal ein paar Nuggets. Ich möchte übrigens ab heute nur noch Dwight genannt werden von euch. Dwight? Dwight Angel. Also, ich habe sonst etwa Jürgen die Schriftgegült wie Sauerei. Mittlerweile weiß ich. Ja gut, das ist mit dem Stärkemehl und so, da müssen wir gleich mal rüber gehen. Krass auch, ne? Die haben Mais gegessen und jetzt machen wir hier Maisstärke noch ran. So, das reicht mir erstmal. Wir brauchen Backteig. Und wir machen einmal eine originale Version und einmal die Spicy-Variante. Ich habe mir hier irgendwo, hier habe ich mir Mehl bereitgestellt und ich teile das jetzt mal ungefähr 50-50 auf. Das sind 100 Gramm Mehl. Ich brauche jetzt dann ungefähr 50 Gramm pro Schale. So, das sollte passen. Jetzt kommt Senf pro Seite, nehme ich ungefähr einen Esslöffel. So, Originalrezeptur von den Fastfood-Ketten ist mit Barbecue-Smoke-Kick. Wissen viele ja nicht. Hier drin ist Salz, Pfeffer, aber vor allen Dingen auch Knoblauchgranulat, Zwiebelgranulat. Und in den Originalrezepturen sind genau die Sachen auch verstärkt mit drin. Das haben wir auch ganz viel mit drin. Bisschen Rauchsalz. So, hier nehme ich Magic Dust, Sizzle Up Magic Dust. Das wird die Spicy-Variante. Magic Dust per se ist jetzt natürlich nicht scharf. Zumindest hat es keine Schärfe, wo man sagt, oh Gott, oh Gott. Aber zu diesem Magic Dust mache ich jetzt noch ein bisschen getrocknete Chiliflocken. So Schipottel, wie auch immer. Also hier nochmal eine gute... Ist das zu viel, Alex? Oder machst du es scharf? Ja, es soll ja das Beiße sein, ne? Ja, du machst es scharf. Hast du im Prinzip ja schon geantwortet gehabt. Rein damit. So, und jetzt kommt noch Wasser. Diese 100 Milliliter Wasser musste ich jetzt auch ungefähr hälftig aufteilen. Okay, dann mache ich mal beide fertig. Guck mal einer an, du. Sieht aber schon sehr, sehr gut aus, finde ich. Ja, krass. Also hier, ne, das ist zu dick. Das ist ja richtig pampig, das ist zu dick. Da kommt noch ein bisschen Wasser. Ich habe offensichtlich hier mehr Wasser drin gehabt als hier. Mehr Wasser, nicht mehr Wasser. So, ein bisschen Wasser nochmal rein. Und dann kann ich jetzt noch kurz aufs Öl warten. Wie gesagt, ungefähr 200 Grad sollte das Öl haben. Ich messe das jetzt noch ein paar Mal, bis es soweit ist. Und dann ziehe ich die Nuggets frisch durch den Backteig und rein ins Öl. Das wären richtig heftige Chicken Nuggets. Es ist soweit und wir hatten ein bisschen Salat. Dann machen noch einen Chicken Nugget Burger ganz spontan. Chicken Nugget Burger ist auch ganz einfach. Alex sagt, auf den, den er so gerne isst, ist auch noch Mayo drauf. Habe ich nun spontan nicht da. Aber, ja, ich bin der Meinungsreich, doch so eine süß-säuerliche Soße. Sweet and sticky übrigens. Süß, etwas Säure ist auch drin. Sticky, die haftet schön, ist perfekt dafür geeignet. Oh ja. Probener sehen auch aus, wie so ein Narrit auszusehen hat. Also, ich baue jetzt mal einen Burger mit der Spicy-Variante, einen Burger mit der normalen Variante und dann haben wir auch noch Narrit zum Dippen klassisch in unserer sweeten Sticky-Soße. Die bietet sich natürlich zum Dippen an, wie so eine süß-säuer-Soße. Man könnte dann natürlich auch Curry-Mango nehmen, Alex. Könnte man auch. Oder Honey and Mastard, werde ich, wenn die Kamera aus ist, noch mal nehmen. Warte mal, ich muss mal eine Sache machen, weil ich möchte es auch so probieren. Ja, das muss reichen. So, sweeten Sticky-Sauce auch auf dem Deckel. Also ein ganz klassischer, einfacher Chicken-Nugget-Burger, nur eben komplett selbst gemacht. Wer es durchspielen will, der backt auch noch die Brötchen selbst. Also erstmal Konsistenz beurteilen, sieht aus wie original. Alter. Mh. Das ist ja unglaublich. Also, ich weiß, dass hier 100% Fleisch drin ist und nicht 46%. Das Ding schmeckt sowas von lecker. Voll geil, Konsistenz, fantastisch. Und die Panade, euer Backteig, knusprig, aber zartknusprig. Dieses, wie soll ich sagen, dieses leichte Knusper, nicht dieses trockene Knusper. Voll geil. Kann ich nur empfehlen, nachzumachen. Welchen Börer willst du, Alex? Spicy oder? Ich nehme den Spicy ruhig. Ja, na klar. Waren wir ja klar. Bitteschön. Dankeschön. Also Freunde, in dem Sinne, viel Spaß beim schicken Nuggets machen. Ist eine kleine Schlacht, eine kleine Sauerei, aber es funktioniert und schmeckt wirklich fantastisch. Es lohnt sich. Macht's gut.